Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Runde Hotz Quick Match. Heute mal als Kasia. Vielleicht gewinnen wir endlich mal wieder. Oh, heute haben wir viel Blenden. Lady Blended, ich Blende, alle Blenden. Und der Gegner hat natürlich Doppeltank, Katanis und Barion. Da geht er bestimmt auf Twin Blade. Deckard, können wir fokussen. Kleiner, wenn Kleiner gut ist. War das was. Ich gehe auf Donnerschlag. Ich werfe nur Sperre und mache Fangkampf. Wo ich mir nicht mehr so sicher bin, ist mit der Heilung, ob ich jetzt den Stein, den Ring des Bluteggels nehme oder lieber die Platte des Wals. Oho, da ist er. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Es hat gelegt. Ach, Mann, ey. Da sind immer alle tot. Ja, mal gute Tanks und gute Heals. Ich sollte einfach erstmal nur werfen. Mal das Deck sammeln. Alter, dieses Verlangsamen, ey. Ist echt böse. Ja, klar. Ich treffe keinen heute mal. Ich kann hier nochmal so eine scheiß Speer sitzen. Ich bin tot. Genau, wie die Orakele es voraus gesehen haben. Gut geheilt. Ich bin nicht hoch. Keine Lust. So, Stacks sammeln, Stacks sammeln, Stacks sammeln. Alles von den Vermeidungen. Vermeiden ist immer gut. Wo ist's? Okay, das ist schon wieder eine gute Runde. Wir haben einen getötet, was ist denn hier los? Gibt's ja gar nicht. Ich sammle noch Decks, ich sammle noch Decks. Oh Gott. Diese Welt darf nicht so schnell kommen. Noch eine Sache. Ich nehme an, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Oh Gott. Oh Gott. Stellt mir hier. Mano, heilt. Ihr versteht euer Handwerk. Oh Gott. Vermeidung heilt mich ein bisschen. Ich brauch Mana. 29 Sekunden. Geht zurück. Ja, ich rück's auch jetzt. Das war ja heute. Ich rück's mir vor. sehr gut wir haben wir eins eingenommen läuft bei uns vermeide bildung schwindigkeit ist auch immer gut Ah, hätte der noch gesessen. So, ich muss zurück. Naja, jetzt krieg ich schon neun pro Sekunde. Ne, sechs nur. Fünf automatischen Angriffe bin ich schon ausgewegen. Jungs, wir müssen top, äh, Bot. Ach, Sylvania. GG. GG. Gut geheilt. Ach, weil sie beinahe tut das, Mann. Ich hab's ja mal ein bisschen Tapespiel, ey. Gut geheilt. Gut geheilt. Schnell weg. Ihr versteht euer Handwerk. Zack. Ich brauche noch ein bisschen mehr Mana. Ich bräuchte noch ein bisschen fürs Level ab. Sehr gut. Blitzkugel. So. Haben wir noch ein bisschen damage cleared. Hier. Einverstanden. Auf Wiedersehen. Guck. Wird ein bisschen heilen. Wird ein bisschen heilen. Wird ein bisschen heilen. Wird ein bisschen heilen. oh mein gott jetzt kill die mäßig noch diese waren ja wie schlecht ist denn die so damit sieht gut aus drei getötet ist auch gut werden hier viel getötet fast zu viel damit schwierig ich hab mehr das zählt nur weil er spielt schon weiter und für die andere spielen so tot aufgehen als ihr denkt ich bin zu schnell für euch vorsicht baller ist da echt gefährlich muss mich heilen muss mich heilen muss mich heilen muss mich heilen los geht mal hier raus schade hat ja fast geklappt so ein bisschen heilen den turm hole ich mir noch können sie machen was sie wollen den türmchen den wollte ich habe den turm auch den turm Oh, ich bin gestand. Kann ich wieder ein bisschen heilen nebenbei. Oh, ich bin der Steher meiner Königin. Eure heilende Hand führt uns noch zum Sieg. Für Skobas. Schnell weg. Wäre cool, wenn wir den Tauron noch kriegen würden. Ein Schuss. Sehr gut. Das läuft. Das läuft diesmal. Oh. Oh. Hey. Was ist das? Oh. Ja. Ich bin schützt. das war einmal zu viel okay gut ich war nicht mit aber die holt er die Objekte ist auch gut und wir pushen mit und Bot Lane mit den Camps alle waren ja macht eigentlich auch einen guten Job gerade Gott wo man drauf gehen ist nicht schlimm Level Advantage ist nicht so hoch ein Levelunterschied gut fast zwei jetzt sind es zwei was nehme ich noch als letztes Panzerung ignorieren oder unendlich überspringen das ist unendlich ist auch geil aber wir werden dann unendlich überspringen oh Jungs das ist gefährlich was er da macht okay das ist wahrscheinlich nicht mit ah da ist sie sammelt die Saat auf bevor es euer Feind tut fallt vor meiner Macht in den Staub okay haben sie schon aufgegeben oder was ist hier los es kommt keiner mehr auch tot war schnell 2 geküllt 周 und die Saat wurde weg geräumt die Saat die Saat alle die Saat und die Saat so aufbekommen jetzt unendlich auf die überspringen da sind sie gut einer nach dem anderen leider gut gespielt die gg 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 gut gemacht und noch ein Keks für alle m die weit schaden ich bin der die Kampfmaschine dann muss sagen sie muss es wohl bis dahin ciao